Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Tschüss, Danny! Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin hier Baldi Space X und heute werden wir das Spiel durchspielen. Das ist richtig. Wir werden es zu 100% hinbekommen. Also quasi, wenn du das Video siehst, dann weißt du, dieses Video hat Danny nicht hochgeladen, bevor er nicht entwischt ist. Aber wir haben schon ein paar Versuche gebraucht und jetzt ist es vorbei. Die andere Versuche, das war nur so. Egal, ob ich 2 Stunden, ob ich 6 Stunden brauche, ob ich 11 Stunden brauche oder nur 20 Minuten brauche, spielt keine Rolle. Diese Folge, da werden wir entkommen. Ich hoffe, du bist bereit, Baldi. Wir spielen den Story-Modus, weil das ist das, was wir schaffen wollen. Und wir müssen quasi 7 Notizbücher finden und dann müssen wir abhauen. Was zwar einfach klingt, aber tatsächlich nicht allzu einfach ist. Wir müssen Mathe-Aufgaben lösen. Ich meine, das wisst ihr alles. Ich bin ja bereit. Und anscheinend gibt es eine Möglichkeit. Oh, ich dachte mir gerade so, hä? Okay, das ist doch ganz easy, die letzte Aufgabe. Aber bei dem ersten Buch, da ist es sehr einfach, die letzte Aufgabe zu schaffen. Das ist keine Frage. Und er ist auch noch nicht sauer. Und es gibt auch eine Möglichkeit, um wirklich die letzte Frage hinzubekommen. Also, es gibt eine Antwort für die letzte Frage. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber ich habe leider keine Ahnung, wie, okay? Minus 4. 5. Und, ja, jetzt geht's los. Jetzt geht die Party ab, Leute. Und wie gesagt, es spielt keine Rolle. Ich werde so lange hier dran sitzen. Bis, hör auf zu, bitte. Oh Gott, kannst du bitte, meine Kabel nerven gerade. So viel Kabel hier auf meinem Tisch, überall Kacke. Nein, Spaß. Alles gut. Ja, wir nehmen erst mal das hier. Genau, sehr schön. Wir gehen erst mal da lang. Wir gehen erst mal da lang. Warte mal, wo bin ich jetzt überhaupt? Da ist Bordy, ne? Okay, ich gehe da lang. Ich habe ein bisschen verkackt jetzt schon, Leute. Ich habe wortwörtlich jetzt schon ein bisschen verkackt, ehrlich gesagt. Weil, ja, ich habe einfach verkackt. Glaubt mir, okay? Glaubt mir, wenn ich das sage. So, ich habe zu lange gebraucht am Anfang. Man muss sich extrem beeilen. Und man muss die komplette Gegend im besten Fall auswendig lernen. Was ich leider nicht kann. Und wir müssen die ganzen blauen Türen finden. Da ist auf jeden Fall da hinten ist einer. Ist Bordy hinter mir? Nein. Ha, yeah. Am Anfang ist er sehr langsam. Das ist halt das Gute, aber er wird sehr schnell, Leute. You need to rest. Nein, danke. So, nächstes Notizbuch. 4 minus 8. Minus 4. 4. Wow. Nein! Ich habe verkackt. Okay, wisst ihr was? Wir können nochmal von vorne anfangen. Was habe ich eingegeben? Wieso nicht? Das war so eine richtig einfache Aufgabe, die ich einfach falsch eingegeben habe. Jetzt können wir aufhören, weil das verschnellert ihn um 2 Mal. Deswegen, ja, ich will aufhören und nochmal probieren. Okay, das Pfeifen bedeutet, dass dieser Typ hinter mir her ist oder in der Nähe von mir ist. Der quasi, ja, sehr gefährlich ist. Denn wenn er uns laufen sieht, dann haben wir ein großes Problem. Da hinten ist ein Typ. Wer ist das nochmal? Oh nein, nicht du, nicht du. Bitte nicht du. Alles noch nicht du. Oh nein, nicht du. Da ist die blaue Tür, ne? Da ist die blaue Tür. Lass uns das mal. Genau, das können wir holen. Das ist sehr gut, Leute. Dass wir das einfach so holen können. Ich gehe jetzt mal einfach hier rein. Ich weiß nicht, wo Baldi ist. Da ist er, oder? Ja, da ist er. Das ist sehr schön zu wissen. Hier haben wir Scheren. Und hier haben wir die Aufgaben, die wir lösen. Also sieben. Oh mein Gott! Mein Mathelehrer hat eindeutig versagt, aber sowas von. Oder wahrscheinlich habe doch ich versagt, okay? Kein Schuld, um ihn die Schuld zu geben. Ich habe extrem versagt, Leute. Erscheint kann ich keine Mathe. Ich weiß auch nicht. Leute, ich werde den genau selben Weg jetzt nehmen. Oh, da ist... Nein, 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 nein. Ey, okay, Leute, wirklich. Bei sowas kann ich eigentlich schon aufgeben, okay? Das darf nicht passieren. Hör auf damit. Oh, kein Ärger. Kein Ärger. Okay, wir können laufen, glaube ich, oder? Solange er nicht sieht, dass ich renne, ist alles supi dupi. Supi, lupi. Okay, let's go. Perfekt. Jetzt können wir nur noch gehen, das ist okay. Solange wir den Sprint ausnutzen zur nächsten Tür. Da hinten ist zwar eine blaue Tür, aber Leute, ich überlege, ob ich lieber erstmal hier reingehen soll, weil hier gibt es erstmal eine Soda, was cool ist. Okay, also eine Soda kann uns extrem den Hintern retten, vor allem wenn Baldi uns verfolgt. Aber eine wichtige Sache, die es hier gibt, ist die Gegend auswendig zu lernen, okay? Und die Items sind immer an der selben Stelle. Das heißt, man muss einfach nur die Gegend auswendig lernen, dann kriegt man es hin. Man muss sich aber wirklich beeilen. Okay, mach nichts Falsches. Oh mein Gott, 5 plus 7 ist nicht 13. Na gut, da weiß ich wenigstens, woran es bei mir scheitern wird. Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Oh nein, und jetzt kommt der Typ wieder. Bitte nicht, lass mich in Frieden. Bitte lass mich in Frieden. Bitte lass mich in Ruhe. Nein, keine Strafe, keine Strafe, keine Strafe. Meine Eltern werden gar nichts hören, du Lappen. Nein, nicht schon wieder. Bitte, hör auf. Wo bist du? Oh mein Gott, das geht so schnell. Hey, hier ist eine Münze jetzt einfach so in der Luft. What? War da immer eine Münze in der Luft? Hä? Leute, war da immer eine Münze in der Luft, oder wie sieht es aus? Was zum Teufel ist hier los? Das ist so... Oh nein. Ey, komm schon, irgendwas... Nee, 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 ich hab mich schon wieder verkackt. Ich hab schon wieder verkackt, Leute. Ich hab wortwörtlich verkackt. Dieses Spiel raubt mir die Nerven. Ich hab einfach nur zweimal gedrückt, und ey, was macht er? Er aktiviert die Zora. Die Zora, die mein Leben rettet. So, ah... Diesmal ist die Münze aber nicht hier. Oh nein, das war so gut. Die Münze war einfach hier und jetzt nicht mehr. Na prima. Na gut, dann haben wir halt eben nur eine. Das ist in Ordnung. Bitte kaufe die Zora jetzt. Genau, nice. Oh nein, der Typ kommt wieder, ne? Bitte lass mich in Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe. Bitte lass... Nein, 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 lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich will da rein, okay? Danke. Nein, nicht du, nicht du, nicht du, nicht du. Ich hab noch keine... Ich glaub, ich hab versagt, oder? Hab ich versagt, Leute? Ich glaube, ja. Oh mein Gott. Mach einfach weiter, mach einfach weiter. Okay, vier. Bitte mach dieses Mal nichts falsch, ey. Bitte nicht. Okay. Die letzte Aufgabe machen wir immer falsch, weil wir noch keine Ahnung haben, wie wir die beantworten, richtig? Aber das ist gerade in Ordnung, tatsächlich. Also ja, wir gehen jetzt erst mal da lang. Oh, warte mal. Hier ist auch noch eine Tür. Oh, warte mal. Aber wenn hier eine Tür ist, ist hier ein Buch? Bro, das war jetzt so unerwartet, ne? Und das alles nur, weil ich Springer springen musste. Das war jetzt so unerwartet. Nein, nein, nicht gleich am Anfang, nicht gleich am Anfang, nicht gleich... Nicht gleich am Anfang, bitte. Nicht gleich am Anfang. Oh mein Gott. Ich hab so ein Pech, ne? Ich hab so ein Pech bei dem Spiel. Jetzt kommt er wieder. No running in the hall. Ich kann nicht mehr. Lass mich doch einfach allen in Frieden, wirklich. Nein, 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 nein. 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 Oh mein Gott, Leute. Bitte. Hört einfach auf. Ist da die Tür, wo ich rein muss? Nein. Da ist nicht die Tür, wo ich rein muss. Ich hab Leute, keine Ahnung, wo Baldi ist, ehrlich gesagt. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Beantworte schnell, bitte. 8 minus 5. Ich hab so... Ich hab mittlerweile... Ich bin so paranoid oder was falsch zu beantworten, ne? Wort wörtlich so paranoid. Oh mein Gott, das war so knapp gerade. Das hätte auch schief gehen können. Aber sowas vor, Leute. Warte mal, die Tür war ich da drinne gerade? Da war ich da drinne, oder? Ich versuche da einfach eine Route zu finden, wo ich langgehe jedes Mal. Da ist etwas. Oh, da ist die Tür. Ist das die... Oh mein Gott. Was hat er mich entdeckt? Okay, ich nehme das. Genau. Nice. Geh hier rein. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin schon wieder durcheinander. Meine Güte. Das war 15, 15. Oh Gott, okay. Oh mein Gott. Okay, let's go. Weiter geht's, Leute. Wir sind gut dabei, meine Freunde. Wir sind sehr gut dabei. Und wenn er kommt, dann müssen... Oh nein, nein. Okay, lass uns mal die Schilder einsetzen. Ah, nice. Das macht mich lang. Das ist mir klar. Loser. Oh nein. Minus 8. Das macht 15. Und das macht 1. 100%ig. Nice. Okay. Hab die Soda in der Hand. Schau mal, wo Baldi ist. Und jetzt müssen wir quasi... Ich weiß, wo wir lang müssen. Ich weiß, wo wir lang müssen. I know where we have to go, guys. Oh Gott, da ist Schokolade. Wo ist aber die Schokolade da? Oh mein Gott. Ich hab... Ich kann nicht... Ich weiß nicht, wozu die Schokolade ist. Ich werde sie erstmal dalassen, weil es so ein Umwild... Da ist auch Baldi schon. Im Endeffekt ist es nicht schlimm, wenn Baldi da ist, weil er ist momentan... Er ist sehr tödlich. Er ist sehr tödlich. Egal, was ich sage. Okay, hör nicht auf mich. Weep, sweep time. Look, swipe it, sweeping time. Halt die Fresse, danke. Oh, jetzt muss ich resten. Das ist nicht gut. Schweep, sweep. Bitte, hör einfach auf. Oh mein Gott. Da ist jetzt die Münze. Das ist doch toll. Er macht sweep, 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 Leute. Wie findet ihr das? Eure persönliche Meinung dazu? Einfach in die Kommentare. Ich hab zwei jetzt ausgegeben. Das ist das Problem, wenn man nicht wirklich weiß, wo man lang gehen soll. Das ist der Grund, wieso ich das Spiel nicht hinbekomme. Aber ich weiß, wo wir sind jetzt. Trotzdem habe ich jetzt gar nichts. Oh, bitte halt die Schauze. Oh mein Gott. Trotzdem habe ich jetzt gar nichts, um mich zu töten. Aber ich habe fünf von sieben schon. Hä, das ist eigentlich mehr als erwartet so. Ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man so drüber nachdenkt, oder? Es ist schon schwer. Aber ja, ähm, okay, war eigentlich sechs. Weil ich glaube, das Spiel geht immer noch weiter. Minus drei, richtig? Minus drei, okay, alles gut. Okay, es ist eine Minusaufgabe. Okay, alles gut. Keine Panik. Bis jetzt sind wir gut dabei. Wir haben alles, was wir brauchen. Gib mir das, gib mir das. Nein, lauf doch, lauf doch, lauf doch. Ja, ich bin tot, oder? Ich fühle mich irgendwie ein bisschen tot, ja? Ich fühle mich irgendwie ein bisschen tot, Leute. Da ist der, ja, Typ der... No running. Oh, warte, du kannst mich retten. Du kannst mich... Nein, du kannst mich nicht retten, oder? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Du kannst mich nicht wirklich retten. Das tut mir aber leid. La, 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 haja, leid. Keine Ahnung, was ich rede. Da ist der Loser. Hol schon mal die Schäde raus. Nein, danke. That makes me shit. Sag dir immer, wenn man nicht mit ihm spielen will. Man lebt damit, dass man nicht immer mit ihm spielen will, okay? Lebt damit. Was macht eigentlich die Socke? Ich meine, jetzt mal ehrlich, Leute. Hier ist gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, wo Baldi ist. Ich weiß nicht, wo Baldi ist, Leute. Ich weiß, wo die letzte Tür ist. Warte mal, wir können theoretisch... Wenn Baldi jetzt nicht kommt... Können wir kurz da hinten und erstmal eine Zoda holen. Das könnte uns weiterhelfen, richtig? Weil Baldi wird hundertprozentig von irgendwo kommen. Oh Gott, ich hoffe, er kommt von da. Ich sollte nicht klicken, by the way, wenn ich meine Münze weggebe. Das ist so eine dumme Sache, die man tun kann. Okay, okay. Ich meine, wir haben so viele Blätter. Baldi muss hier irgendwo sein. Er muss. Ich weiß auch, wo wir sind gerade. Ich gehe aber den falschen Weg, glaube ich, oder? Ich gehe den falschen Weg, Leute. Hol das hier. Wo ist Baldi? Wo ist Baldi? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon so viel weiter in meinem Leben, Leute. Nein. Wir wollen nicht spielen. Oh. That makes me sense. Ja, das glaube ich dir. Oh, warte mal. Da ist sowas drin, ne? Okay, wisst ihr was? Ich gehe gar nicht rein, ey. Ich habe einfach keinen Bock auf mein Leben gerade. Oh je. Da kommt Baldi. Da kommt Baldi. Wundervoll. Da ist aber die Letzte. Das Letzte, was wir brauchen eigentlich, oder? Ich glaube, ja. Aber ich glaube, dann werden wir sterben. Lass mal sehen. Okay. Da ist auf jeden Fall... Oh mein Gott. Das ist auf jeden Fall dort, Leute. Aber er ist noch gar nicht zu sehen, Baldi. Alter, wo ist Baldi? Nimmt er einen anderen Weg? Bitte, du nimmst keinen anderen Weg, Bro. Bitte, ich sehe dich gleich da hinten. Bitte, ich sehe dich gleich da hinten. Bitte, ich sehe dich gleich da hinten. Oh, wow. Oh, nein. Okay, merkt man, dass ich aufgeregt bin. Merkt man, dass ich auch nur annähernd aufgeregt bin. Merkt man das? Merkt man, dass ich... Oh mein Gott. Wie dämlich. Das war so dämlich. Und das nur, weil ich aus Versehen... meine Zora verschossen habe. Episch! Hier ist eine Münze. Oh, wow. Da, ja, da will ich lang. Nein! Hau ab! Keiner mag dich. Das ist mir nicht gefallen. Ich will nicht. Okay. Hör auf damit. Sieben minus null. Äh, sieben natürlich. Na klar. Was auch sonst, okay? Kommt er wieder zurück? Nur weil ich ihn weggeschubst habe, kommt er doch wieder, oder? Was nennt ihr, Leute? Ich denke, der Typ kommt zurück. Oh nein. Oh, er kommt zurück. Es ist zu früh, um jetzt gefangen zu werden zu nehmen, oder wie auch immer. Keine Ahnung. Man, ich wünsche, ich hätte am letzten Mal einfach nicht meinen Soda weggeworfen. Okay, ich nehme seit 44 Minuten auf, Leute. Seit 44 Minuten. Immer noch gar nichts. Aber ich habe es euch gesagt. Diese Folge werdet ihr nur sehen, sobald... Ja, sobald ich hiermit fertig bin, okay? Sobald ich das Spiel durchgespielt habe. Dann werdet ihr die Folge sehen. Außerdem... Ich habe, ehrlich gesagt, vergessen, was ich sagen wollte. Weil ich bin zu... Ja, was ich sagen wollte, ist, die Leute, die nerven. Okay, der eine beschwert sich, wenn man zu schnell läuft. Dann gibt es den einen mit dem Springseil. Das ist so nervig. Dann muss man sich noch orientieren und alles dazu spielen. Ja, der. Der, Leute, der. Nein. Ich will nicht playen. Oh mein Gott. Das meine ich, Leute. Das meine ich. Ja, ja, das meine ich. Das meine ich. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Das meine ich. Okay, nicht aufdringen, okay? Das ist normal. Ist alles gut, alles gut. Baldi regt sich wenigstens nicht drüber auf, wenn man zu schnell läuft. Baldi regt sich nur drüber auf, wenn man Matheaufgaben falsch macht. Okay, er tut ein. Die andere tut ein, nicht. Aber die anderen nerven mehr als Baldi, wortwörtlich. Man darf sich nicht von Baldi erwischen lassen. Das ist aber eigentlich... Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Aber durch die anderen wird es so schwer gemacht, ne? Oh, die sind immer vorhanden eigentlich. Immer. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Okay, Baldi ist genau hinter mir, Leute. Genau hinter mir. Genau hier in der Nähe ist er. Ja, da ist der Baldi. Da ist Baldi. Da ist der blöde Sack. Oh Gott. Leider keine Münze mehr. Das kann mir aber egal sein. Dann ist immer einfach mehr Soda. Oh yeah, Baby. Tja, Baldi. Was willst du dagegen tun, wenn ich Soda nehme? Haha. Yeah. Okay, wie viel habe ich? Drei erst. Oh, ich habe einen vergessen. Einen habe ich vergessen, Leute. Einen habe ich vergessen. Aber jetzt nicht rechtsklick drücken, okay? Nicht rechtsklick drücken. Wie noch haben wir jetzt? Wir haben vier, oder? Haben wir nur vier? Ich glaube, wir haben nur vier, Leute. Ja, wir haben nur vier. Zu wenig. Fünf. Minus eins. Eins. Okay, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Fünf haben wir jetzt. Das ist sehr gut. Und wir haben eine Schere. Das ist toll. Danke, 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 danke. Ah, da ist Baldi. Wisst ihr was? Ja. Soll ich Soda? Ja. Wir sollten Soda spritzen, Leute. Spritzen wir die Soda? Oh nein, das ist der Typ. Ich habe eine Schere, glücklicherweise. Boah, der geht aber gerade so weit. Sweeping time. Schweep, schweep, schweep. Ja, okay. Okay, der Typ ist echt. Oh, das ist der Typ, der, der, okay. Ich sehe gerade, was er macht. Was macht das? DoorType. Ah, das ist ein Schlüssel für die Tür, richtig? Ich glaube, ja, er hat meine Soda genommen, übrigens, der Typ. Richtig frustrierend. Er will spielen. Ach, komm schon, das ist echt lächerlich gerade. Ach so, er will einfach nur da rein, ne? Das hasse ich bitte. Wie soll ich das Spiel durchspielen? Vielleicht soll ich weniger rennen. Vielleicht soll ich mehr mein Rennen für, ja, benutzen, wenn ich irgendwelche Gegner sehe oder so. Keine Ahnung, vielleicht soll ich weniger rennen. Das wäre doch mal was, oder? Oder wenigstens die Hälfte beibehalten. Also jetzt soll ich nicht mehr rennen. Das wäre doch was, oder? Dann könnten wir, falls wir Gegner sehen, doch noch in die andere Richtung rennen. Und jetzt weiß ich auch, was der Bully tut. Denn er ist ein Bully. Okay, nicht rennen, nicht rennen. Wozu eigentlich, oder? Ja, ein bisschen mehr. Ja, das müsste aber reichen. Da ist so spiel der Typ. Das ist aber egal. Wir können da langweil in die andere Richtung gehen, richtig? Oh nein. Nice. Oh nein, 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 nein. Nein, ich habe echt... Alter, alle. Okay. Ich bin halt so überfordert, ne? Ich bin halt wortfühlig überfordert. Die lassen mich nicht in Ruhe. Die lassen mich aber nicht in Ruhe. Wenn dieser komische Typ kommt, dann... Man kann nicht dieselbe Route immer gehen. Man muss manchmal an der Route gehen. Wenn man dieselbe Route immer und immer wieder geht, dann passiert ganz genau das. Und man hat ein Problem. Ich glaube, Schokolade ist dazu da, um wie in der Energie zu gelangen, oder? Lass mal kurz testen, ob Schokolade dazu da ist. Ich lade mal, und jetzt ist ich eine Schokolade. Und jetzt haben wir wieder volle Energie. Okay. Dazu ist also Schokolade. Das ist sehr wichtig zu wissen. Wir müssen da lang. Warte mal. Alter, mit Schokolade hat man ja... Wie lange habe ich jetzt die Energie zu laufen? Wie lange habe ich jetzt die Energie zu laufen? Meine Energiepegel geht gar nicht runter. Hä? Seht ihr das? Meine Energiepegel... Ah, jetzt geht er wieder runter. Also für eine Zeit lang geht er nicht runter. Das ist heftig. Alter, Schokolade ist immer voll das gute Item. Es dauert zwar eine Zeit lang, um da hinzukommen, um es zu bekommen, aber sobald man es hat, lohnt es sich richtig, Leute. Okay, wo ist Baldi? Keine Ahnung. Er ist noch nicht zu sehen, Leute. Noch ist er nicht zu sehen, natürlich. Was mir auch sehr gefällt, oder? Das gefällt mir sehr gut, wenn Baldi nicht zu sehen ist. Okay, bleib bitte weg. Bitte bleib weg, Baldi. Da ist er. Hm, wie mache ich das jetzt? Ai, 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 ai. Das ist eine gute Frage. Er kommt halt näher, ne? Soll ich... Ja, ich glaube, ich sollte das einsetzen. Einmal, oder? Ja. Weil er... Oh mein Gott. Er gibt mir jetzt auch Ärger. Er gibt mir jetzt auch Ärger, natürlich. Ach, du Kacke. Man darf vor ihm auch keine Getränke ausschütten. Wow. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Lass mich in Frieden. Nein, nein, nein. Jetzt. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Das macht mich. Egal, ob dich das Geld macht oder nicht. Ich weiß, wo die letzten zwei sind. Ich weiß, wo die sind. Mhm. Das ist richtig. Nein, du gehst weg. Und es gibt eine Strafe. Ja, okay, ich bin tot, oder? Ich bin tot, oder? Hm, ich bin tot. 90 Sekunden ist zu lange. Nicht bei fünf Büchern. Da ist er so schnell. Ja, bei fünf Büchern ist er zu schnell. Hundertprozentig, Leute. Er ist zu schnell bei fünf Büchern. Nein, nein. Oh mein Gott. Ja, Alter. Könnt ihr mal bitte einfach euer Leben chillen gerade? Bitte. Bitte. Ich weiß halt nicht, von wo Bolli kommt, ne? Von wo kommt Bolli? Da ist er. Da ist die Tür aber. Hm, tja. Oh je. Was ist das denn für ein Geräusch, Leute? Nimm das, Bolli. Ich renne da mal hier lang, okay? Das ist richtig. Ich renne da mal hier lang. Ich glaube, ich muss jetzt... Oh Gott. Tja, was tun wir jetzt? Ich glaube, ich gehe hier lang. Er weiß, wo ich bin, ne? Ja, man hört ihn. Er hört jede Tür, die ich öffne. Jede Tür, die ich öffne. Okay, ich habe keine Zeit, um die Schere zu nehmen. Das ist das Ding. Okay, er weiß ja, wo ich bin. Ich weiß aber auch, wo die letzte Aufgabe jetzt ist. Also wortwörtlich. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Keine Ahnung, wo er ist, Leute? Wo ist Bolli? Nein, nein, nein. Wir haben keine Zeit. Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe keine Zeit dafür. Ich muss das tun. Ja, okay. Ja, okay. Ich bin tot. Er könnte mich gerettet haben, aber nein. Nee, nee, nee. Da ist das blaue Zeug, was ich gesprüht habe. Das war's. 24 Sekunden. Ja, und da kommt Bolli. Das war's, Leute. Tut er mich? Ja, bitte tut er mich. Danke. Wundervoll. Schaut mal, wer zurück ist. Okay. Ich musste kurz raus, Leute. Aber wir sind back. Ich habe gesagt, wir werden die Folge erst holen, sobald ich alle Veränderblätter habe. Ich habe schon vorhin für eine Stunde gespielt. Und jetzt geht es weiter. Es hört nicht auf. Es wird für immer weitergehen. Egal, was du tust. Dieses Video endet nie. Oh, oh. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Das war knapp. Okay, Leute. Ich glaube, letzter Versuch jetzt erst mal für heute. So, ich habe, ich spiele jetzt über zwei Stunden. Und ich weiß, ich wollte es heute unbedingt schaffen. Ich weiß es. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, ich muss einen Stream dazu machen oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich sehe es jetzt über zwei Stunden hier. Und jetzt, wo ich das Ende erreicht habe, ist es nicht mal das Ende. Versteht ihr? Da ist das Problem. Ja. Okay. So, und jetzt, jetzt kriege ich trotzdem Ärger. Wo ist das Ende? Oh, mein Gott. Ja, ich bin tot. Oh, das macht doch keinen Spaß. So, das ist so lame. Pass auf, Leute. Ich schieße ihn jetzt ganz nach hinten. Ganz nach hinten, Buddy. Okay. Pass auf. Oh, ja. Jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Oh, mein Gott. Jetzt fliegt er so weit. Also so richtig weit. Oh, da ist ein Bulli. Ja, hier hast du eine Schere, du Lappen. It's mine now. Ja, nimm doch. Denkst du, diese eine Schere interessiert mich? Ja, wenn jetzt ein Springseiltyp bekommt, dann ja. Aber vorher nicht. Nee, nee, nee. Boah, er ist jetzt so weit geflogen, der Bulli. Aber wir haben keine Items mehr. Also theoretisch haben wir verloren. Wir haben verloren. Wir haben zwar, wir können zwar zum Ziel kommen, aber irgendwie dann auch nicht. Also wir haben auf jeden Fall verloren, Leute. Okay, ich habe alles beantwortet. Jetzt können wir laufen. Oder wie auch immer. Aber. Gewinnen werden wir das nicht, ne? Vor allem nicht ohne. Ja, aber jetzt kriege ich doch das hier. Okay. Leute, ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich sitze drei Stunden schon hier dann. Drei Stunden. Und ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe, das ist mir nicht wert. Das ist mir nicht wert, Leute. Wortwörtlich. No, Leute. Wenn ihr wollt, euch nochmal probieren, lasst ihn nach oben da. Falls ihr es nicht geschafft habt, schreibe drei Stunden in die Kommentare. Und ich sehe dich nicht so wieder. Bye, bye. Danke für das so eine Schau des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Videocontents. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke für das so eine Schau und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.